hey ich grüße dich dann hier dein coach und in diesem video möchte ich dir aufzeigen wie du vor dem fernsehen wenn du mal einen fernseher abend hast übungen mit einbauen kannst die effektiv und auch noch einfach und lustig sind hast du bock darauf na klar so bock darauf also so Musik Musik Hey, ich hoffe dir hat das Video gefallen, wenn dir das Video gefallen hat, hinterlasse mir einen Kommentar unterhalb des Videos, dann können wir miteinander kommunizieren, lass mir auch einen Daumen hier, ich würde mich darüber freuen, denn dann verpasst du auch nicht die weiteren Videos, denn mein Ziel ist es, dich in Topform zu bekommen und das schaffen wir auch gemeinsam und das schaffen wir auch spielend einfach und spielend leicht, okay? Viel Spaß, wir sehen uns im nächsten Video wieder, hau rein, dein Daniel Lukoschek und nicht vergessen übrigens, folge mir bei Facebook und folge mir auch bei Instagram, mein Name ist Daniel Lukoschek, ciao!